Musik Heute bin ich in Haar wie Holzdorf und spreche zum Thema Hochschul- und Bildungspolitik. Gute Hochschulen sind Motoren für die erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft. Es gelingt in Deutschland leider noch immer nicht, dass mehr Schüler aus Elternhäusern ohne Studien im Abschluss an die Hochschule kommen und dort studieren. Die SPD will das ändern. Wir wollen erreichen, dass alle Kinder unabhängig ihrer Herkunft ein Studium absolvieren können. Unser langfristiges Ziel ist eine kostenlose Bildungskarriere von der Kita bis zur Hochschule. Die finanzielle Förderung von Studierenden aus Elternhäusern mit geringen Einkommen muss schnellstens verbessert werden. Wir wollen zudem die Öffnung der Hochschulen für beruflich Qualifizierte voranbringen. Dabei wollen wir die Hochschulen bei der Schaffung und dem Ausbau von Angeboten des Studiums ohne Abitur unterstützen. Unterstützen Sie die sozialdemokratische Hochschul- und Bildungspolitik, die allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, ihren Träumen nachzukommen und ihre Ausbildung zu wählen, die Sie gerne gehen möchten. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meinen Themen. bis zum Abend. Bis zum nächsten Mal.